Zu Beginn des Jahrhunderts machte sich eine Gruppe von Abenteurern auf den Weg, die Existenz einer vorzeitlichen Welt zu beweisen. Ein Visionär, eine reiche Erbin, ein Großwildjäger, ein Wissenschaftler und ein Reporter begaben sich auf die Jagd nach der Geschichte ihres Lebens. Sie kannten die Gefahren nicht, denen eine Frau in der prähistorischen Fauna und Flora trotzte. Von nun an kämpften sie mit ihr gemeinsam, um zwischen archaischen Kulturen und den Räubern des Urwalds zu überleben. Und sie suchten einen Weg zurück nach Hause, denn dort ahnte niemand, dass es sie noch gibt. Die verlorene Welt Ah! Ah! Ah!